Zwischen den Zelten, also wo soll ich jetzt hinlaufen? Geh mal auf die Karte. Green Mountain. Genau. Green Mountain? Wo ist denn? Ja, das ist so ein bisschen östlich-nordwestlich von diesem S.A.S. Outpost. Das ist dieser große Sendemast. Bei Kurgan? Ne, von dem S.A.S. Outpost, einfach nur nach rechts oben in das große Waldstück. Da steht Green Mountain, grüner Berg. Ach da, da wurde ich hin. Das ist 37,93. Ja, dann werde ich mal meine Banden nehmen und versuchen zu laufen, weil rausschießen ist hier schlecht. Hast du hier Waffen eingesammelt da? War da was? Also, da war was schönes, allerdings ich bin ja auch umgenatzt worden. Und dann, da liegt noch mein schöner großer Rucksack mit, also ein ganz großer. Mit ein paar Sachen, aber da jetzt reinrennen, die Sachen holen. Nicht normalerweise, ja wohl, nee, ich bin, bin dann vom Gang wieder in einen Raum rein und bin da ein Qualvoll verendet. Na ja, meine Sachen, mein Rucksack könntest du dann noch zocken, wenn du willst, aber dann musst du auch wieder durch den Gang durchrennen. Ach ja. Ach ja, wie man jetzt in der M14. ich glaube, wie man es macht, ist es beides scheiße. Ich bin jetzt hier bei Green Mountain, mach meine Fahrt noch schnell ein, ich habe eh nur eine K mit fünf Schuss am Start. Ich habe für jemanden, wenn er Lust hat, Banditenklamotten eingepackt. Hat einer von euch geschossen? Nein. Nee. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich nicht auf Fahrzeuge höre. Das kann aber auch, die Zombies rum ja auch mal so, ja. Hat jetzt einer auf mich geschossen oder auf einen Zombie unten im Dorf? Man weiß es nicht. Das war ich. Peng peng. Musste leider. Also warst du das gerade. Ach scheiße, jetzt kommen wir hier zu müssen. Versuchen wir mal unser Glück. Aber ich glaube, die Leute, die das hier, die drei Leute, die das wirklich gucken, denen geht es eigentlich nicht darum, wie wir spielen, sondern eher darum, was wir erzählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ums Spiel direkt geht, weil, also ich spiele schlecht. Also ich würde mich auch nicht als gut bezeichnen. Ja, aber die können ja auch dir nicht folgen, sondern nur mir. Läufst du bei dem Außenposten rum? Nein, 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 nein. Ich bin schon oben im Wald. Ich bin 300 Meter von dem Funkmasten entfernt. Ich bin beim Funkmasten. Ich bin drinnen und versuche irgendwie die Zombies loszuwerden. Ich höre schießen von jetzt. Ich weiß nicht, von wo er geschossen hat. Hast du ihn gefunden? Nee, aber ich bin an seiner Position. Das Problem ist, ich habe gar nicht einen Zombie am Anfang. Martin, ich bin kurz vorm Funkmasten. Hm. Was heißt kurz, 200 Meter? Also die Türen waren alle zu uns, es waren nur Zombies da. Und daher im Moment dürfte es... Aber ich weiß jetzt nicht, wohin er ist. Vielleicht ruhig sein. Kann sein, dass ich gleich tot bin. Haha, unglücklich ist das. Er hat nämlich aus der Scheune rausgeschossen. Was ich da nämlich genau rein nehme. Schönes M24 liegt hier rum. Wer auch immer Bock auf Schlüpern hat. Ich habe gerade eine M21 gefunden. Aber ich glaube, er hat sich verdrückt. Er ist zwar reingelaufen, aber keine Ahnung überhaupt. Ja, natürlich ist es hier in Zombies da so ein Patzen. Ja, ich muss... Ich muss da... Oh, Alter, ist die Leute. Ja, Pistole. Geschossen. Vielleicht hast du ihn gerade ausgelockt. Mach den, ich glaube rein. Hm. Hm. Alter, wieso... Kommt... Wo ist der Zombies denn? Der ist doch... Ein Zombies dürfte doch nicht mehr sein. Ja, ich renne mal raus. Schluss. Da müssen jetzt ja alle tot... Wieso blute ich denn jetzt? Och, Mensch. Ich habe hier noch... Angeschossen. Ja, angeschossen. Das Tor vorne mal. Liegen da noch interessante Waffen drin? Ja. Ja, gut. Wenn du eh schon eine gute Snipers hast. Irgendeine schallgedämpfte... ...schallgedämpfte Sturmgewehr lag noch mal drum. Hat nicht was für eine. Was für ein? Ich gucke mich tot. Ja, ich geh extra für dich nochmal rein. Mal nennen hier eine HK417SD. Schönes HK417 Aimpoint. Das ist der Jan. Da hat sich mal ne schöne neue Wumme gemopst. Prost. Prost. Achso. Du sollst dich halt mal aufmachen vorher, ne? Prost. Prost. Wenn jetzt nur ein schöner Rucksack am Start gewesen wäre... ...hätte ich noch irgendwie was mit eingepackt, aber... Ja, ich habe auch noch keinen Rucksack. Aber die hier ist mit Schalldämpfer, die ist nicht schlecht. Aber nur zwei Magazine, das ist doof. Was für ein Magaziner ist immer... So, naja... Ach, ein 20er Standard. Wo zitter ich denn? So habe ich so viel Angst. So viel Schmerz. Ich habe keinen Platz mehr. Ich bin gleich beim... ...auf dem Turm. Wir sind jetzt vom Mies hier. Warte. Warte. Oh nein. Okay. Der Arsch. Was wäre denn unser nächstes Ziel? Wo wollen wir hin? Äh... Ich will gleich mal gucken. Ich weiß es nicht. Im Waldlauf-Simulator. Ich bin nämlich gerade mal in den Wald laufen. Weil ich mich hier sicherer fühle. Ne? Direkt aufs Feld. Und wir kommen zurück. Ja. Rechts von dir aus oder von mir aus? Noch weiter nach rechts von dir aus? Von dir aus? Ja. Jawohl. Nun zur Information. Ich nehme gerade wieder auf. Und zum letzten Mal... ...hat sich Martin ein wenig weiter ausgerüstet. Ich bin leider nicht mehr auf den Server gekommen. Deswegen ist die Aufnahme da abgebrochen. Und wir versuchen das jetzt einfach erneut. Mal gucken, ob es funktioniert. Nein. Wollen wir alle da rein oder soll einer mit dem Quad fahren? Wollen wir alle da rein? Wenn sterben, war zusammen. Ich fahre. Ich sterbe am MD. Das glaube ich nicht, Tim. Das ist auf jeden Fall auf die Straße. Einfach so niedergemetzelt. Das war wirklich viel. Ja. Wirklich viel? Kommt da noch was? Nein. Da kommt nichts mehr. Los, Falko. Knall sie alle ab. Egal was. Kühe. Ziegen. Schweine. Natürlich sind sie einfach alle. Ja. Ich hab grad ein Deja Vu zu letzte Woche. Und wie angekündigt haben wir jetzt Jan dabei. Das stimmt. Passt wirklich sehr gut. Hast du denn jetzt beim Zielen wenigstens ein Fadenkreuz? Nein. Ja, super. Dann läuft das ja ganz hervorragend. Ja, zur Erklärung. Die beiden haben letzte Woche weiter gespielt, während ich nicht mehr auf den Server gekommen bin. Und ganz glücklich dann ins Bett gegangen bist. Ja, und ich war super fröhlich dabei. Weil die beiden hatten dann einen Helikopter gefunden, sind ein bisschen rumgeflogen. Haben dann noch ein bisschen Action mit einem Auto gehabt und sind in eine Basis reingefahren. Und ich bin dann ins Bett, weil ich schlecht gelaunt war. Wir hatten aber überhaupt gar keinen Spaß. Ich auch nicht. Nicht mal ein bisschen. Doch, ich schon. Ja, bei uns war es auch ziemlich cool. Aber ich dachte einfach, du wolltest es jetzt hören. Nein. Doch, ich finde das schon ganz geil, wenn ihr mich quält. Ähm, nur bei uns. Ähm. Irgendwer ist hier, ne? Ich sehe aber niemanden, was ich... Rechts von uns ist die Hunting Party, ne? Hunting Party. Lalalalala. Ich weiß jetzt nicht. Ich hab was durch die Wäsche... Ja, da sind die. Also ich würde mich hinlegen. Oder die jetzt irgendwie... Also einer kann ja ans MG, wenn er sich traut. Ähm, die sind 200 Meter weg. Ähm. Ja. Wie gesagt, wenn Feuer frei ist, ne? Ich weiß nicht mehr, auf welche Richtung. Wann? Ach doch, da... Ja, okay, ich sehe sie. Ja. Aber ich sehe nur einen. Wo ist der Rest? Da sind mehrere. Ich würde als erstes versuchen, von den Schärfschützen zu erwischen. Aber ihr müsst da mal sagen... Ich will nämlich unbedingt das Auto haben. Sagt mal, wann Feuer frei ist jetzt. Feuer frei. Feuer frei. Nein. Gut. Einer down. Noch ein Schärfschütze down. Oh fuck, die Zombies sind natürlich doof, ne? Die haben ganz viele Zombies am Hintern. Noch einer down. Ah, da muss der Zombie mich jetzt hauen. Der Bauch rein. Sind alle down? Sieht von mir aus keinen mehr. Wieso habe ich die Zombies am Hintern? Alter, so viele! Ja, das ist meine Waffe auch. Das Problem ist, sind noch zwei andere in Reichweite. Egal. Ich habe einen Schuss gehört, glaube ich. Läuft einer von euch links? Ja, ja. Ich glaube, ich lauf zum Wagen. Ich auch. Und ich bin links, ja. Aber ihr habt einen Schuss gehört? Also ich war da, weil ich hätte rechts einen Schuss gehört. Also ich habe einen Schuss. Ich gucke mal, ob ich gleich ans MG gehen kann, um die... Also ich bin down. Alle down? Ne, einer, glaube ich, lebt noch, aber ist ja egal. Hier ist noch eine Waffe. Ja, wir haben eine Waffe. Deswegen. Du schießt jetzt gerade nur drauf. Mit dem Jeep. Anhalten. Ich steige aus. Dann guck dir mal. Ich bin hier oben im Busch mit drin und versuche zu gucken, ob ich irgendwo andere Spieler sehe. Oh. Oh. Man kann es sich praktisch auch suchen, was man möchte. Heiter Schwede. Das ist richtig viel. Ich nehme mal eine schallgedämpfte Scope. Guckt als erstes mal, ob da irgendwelche Rucksäcke drin sind, ja. Ja. Ich steige auch raus. Tausche ich mir gleich mal in den Rucksack. Oh fuck. Was? So viel Zeug. Auch wenn da so viel Zeug ist, beeilt euch trotzdem. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Mit einem Schuss, oder was? Ja. Sonst beide mit einem Schuss erschossen? Ja. Ja, ich glaube ja. Aus 408 Metern. Das ist aber nicht ganz nah dran. Oh fuck ey. Ich wollte gerade loslaufen und ins Auto steigen. Aber Martin ist da ja noch, ne? Ja. Martin muss sie umbringen. Martin muss sie umbringen. Ja. Ich gehe hier im hohen Gras und äh... Ich leuchte mich. Ah, hol sie dir. Ich möchte das Auto haben. Spawn in Kamenka und mach mich gleich auf den Weg dahin. Scheiße! ぇ mit einem Schuss? Es sind noch 2 in Reichweite hier. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher ob uns derselbe erwischt hat. Ich habe ... Ich schand leider nur eine Nachricht. Fett. So... 3 in Reichweite. natürlich auch ewig weit weg gespawnt sieben kilometer tja mal schnell ein auto finden wir was geiles martin reche uns also im moment sehe ich noch keinen die werden warten 408 meter derzeit warten ob sie noch etwas anderes tut es sind immerhin noch andere leute in reichweite zwei lichter genauso wie ich jetzt im dickicht und wartet ist ja wir kommen ja wieder hin ja ja ich hab zeit deswegen unterbreche ich jetzt auch mal die aufnahme das wird ein wenig dauern